Wie sollten die Leute, die die drei Maya-Steine haben, so schnell wie möglich zum Herzen der Pyramide kommen, um zu verhindern, also um die Maya-Steine an ihren rechtmäßigen Platz zu stellen, damit jetzt gerade die Poker nicht ausbrechen kann? Das haupte Zeit! Die Steinplatte verschiebt sich ein wenig. Das war das andere. Das Ding. Ja, und so müssen wir das jetzt mit allen machen. Das Rätsel habe ich auch etwas länger gebraucht, um zu verstehen, was da von mir verlangt wurde. Hm. Jetzt, wo wir die beiden aktiviert haben, eine Mischung aufs Den, können wir den auch aktivieren. Die Steinplatte bewegt sich nach innen und rastet mit einem Klick ein. Nächstes. Das mit der blauen Umrandung. Ich mag das Rätsel nicht. Das ist so langatmig. Das kommt einem so vor, als wollen die das Ende noch strecken. Hm. Auch wenn das Rätsel an sich interessant ist. Aber hey, strecken wir das Ende so weit wie möglich hinaus. Es gibt nur 30 Sekunden, um das Rätsel zu lösen. Danach schalten die Leute ab. Was ist das andere? Hm. Nein. Dieses Ding. Da. Und du da vorne. Andersrum drehen. Schön, dass man das von beiden Seiten drehen kann. Da muss ich nicht, wenn das zum Beispiel jetzt hier war, nicht einmal außenrum den längeren Weg drehen. Wie ist denn Saren, haben sie gedacht? Ja, Nico. Na egal, die Hälfte haben wir schon mal hinter uns. Da fehlen noch die anderen beiden. Die Blume und das mit dem blauen. Von da drehen. Ich werde es ja nicht hier einmal außenrum drehen. Nö. Das ist mir natürlich zu langwidrig. Wisst ihr, was schlimmer wäre, wenn man das nur in eine Richtung drehen kann? Und nicht in beide Richtungen. Die Scheibe. Das wäre noch nerviger. Und jetzt fängt Schicken wieder an, rumzunörgeln. Ja. So kennen wir unser Hühnchen. Blau in der Mitte. Und das bist du. Und das Teil da oben. Aber hey, wir haben es ja gleich geschafft. Will ich hoffen. Will ich hoffen. hin und her, kreuz und quer. Bekommt Nico eigentlich dafür Kilometergeld? So viel, wie sie jetzt hier schon gelatscht ist? Müsste sie eigentlich. Und wenn nicht, nehm dir einfach einen Anwalt zur Brust. Du kennst ja jemanden, der Jura studiert hat. Who's George? Und ich lege den nicht gerade hier. Dieses komische Ding und die Mütze. Sieht für mich wie so eine Mütze aus. In die andere Richtung möchte ich das drehen. Dreh, dreh, dreh. Ich dreh hier gleich am Rad. Oh, ne Schicken, du drehst doch schon am Rad. Naja, ja, am Steinplatten. Aber hey. Das ist was, dasselbe. Da dreht es ja jetzt nicht schwer, sondern einfach nur nervig. Alles muss schnell, schnell gehen. So, was ist das letzte? Du. Hier unten. Wir haben es gleich geschafft, Mütze. Yeah, hey, 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 hey. Man, hey, 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 hey. Entröge. Du. 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 Sehr schön. Sehr schön. Haha, et voilà. George hat mir mal erzählt, dass man eine gewisse Fertigkeit braucht, um Geheimtüren zu finden. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Ja, den Dreh hast du raus, versteht ihr? Ja, alles nur wegen diesem Rätsel. Da hat sie den Dreh rausbekommen. Heute haben sie aber auch mit unseren schlechten Wortspiegeln, ne? Das ist der Geheimgang, den ich gefunden habe, indem ich das Rätsel der Schriftzeichen gelöst habe. Naja, Schriftzeichen sind das nicht wirklich, das sind eher so Bildchen. Dann runter mit dir. Und stolper nicht wieder die Treppe runter. Also dachte ich mir, hey, das ist es. Weißt du, das ist die wahre Liebe. Auf jeden Fall, ich musste dann ein paar Wochen weg. Und als ich wiederkomme, was sehe ich da? Genau. Und mit wem? Lobino, diesen Penner. Ja, genau. Das habe ich mir da auch gedacht. Oh Mist. Sieht aus wie die nächste Sackgasse, Titipoko. Irgendwelche Vorschläge? Ich glaube, Titipoko will dir sagen, du wirst dich hinsetzen und abwarten. Aber wir können nicht abwarten. Die Sonnenfinsternis hat angefangen. Wir müssen uns jetzt ranhalten, um schnell die Meiersteine wieder an ihren Platz zu bringen, bevor Tetzkattipoko ausbrechen kann. Ja, das habe ich gelesen. Für einen kurzen Moment dachte ich, ich sehe Gespenster. Eine Holzpalisade, die von Piraten angegriffen wurde. Doch dann wurde mir alles klar. Ich war in ein Filmschick gestolpert. Die Schatzinsel unter der Regie des drehtklassigen Regisseurs Cariton Hawks. Diese Typen standen zwischen mir und der Steinsäule. Ich durfte es mir also nicht mit Hawks verscherchen, um an sie ranzukommen. Das fehlten Team war zum Glück nicht, sondern nicht helle. Und ich hatte es auch in Nullkomman nichts um den Finger gewickelt. Ja, sogar, ne, besonders die Schauspielerin, die ich küssen wollte. Okay, der Stand auf der Felssäule war ziemlich rikant. Aber ich musste diesen blöden Schatz finden. Kitzelmanns Kistentils nimmt jeder Menge Rechnungen und Quittungen auch das Objekt meiner Begierde, den Adlerstein. Ich kehrte nach Caramonte City zurück. Da ich dort gesucht wurde, hielt ich mich nicht lange in der Stadt auf, sondern hinterließ Niko bei Contita eine Nachricht, in der ich sie bat, nach ihrer Rückkehr aus Englands in das Dorf des Samans zu kommen. Jetzt muss ich nur noch auf Niko warten. Sobald sie hier ist, sagt uns der Samane, was wir mit den Steinen machen müssen. Das hat er eigentlich schon gesagt in der einen Katzen, wo du das erste Mal hier warst. Und zwar müssen wir die Steine in ihren Platz zurückbringen. Die Frage ist, was ist ihr rechtmäßiger Platz? Mein Plan, mich im Dorf des Samans zu verstecken, ist nicht aufgegangen. Karzak und seine Männer haben mich gewohnt und das Dorf niedergebrannt. Wissens erfuhr ich recht schnell, was sie von mir wollen. Ich soll während der Sonnenfinster nicht geopfert werden. Die Guthalte Niko ist tatsächlich gekommen, um mir den Arsch zu retten. Allerdings saßen wir noch immer ziemlich in der Tinte. Also liefen wir in die Pyramide, dem, wie wir dachten, geringeren Übel. Ich weiß, man spielt nicht mit Hebeln herum. Aber egal, ich war schon öfter von Niko getrennt. Ja, der sich erstmal hinsetzt und eine Runde abschillt. In einer Halterung an der Tür steckt eine Fackel. Eine wirklich gruselige Statue. Der Typ hält einen Schädel und eine Schale in der Hand. In die Schale soll wahrscheinlich ein Herz. Bäh. Ja, dein Herz. Titi Poco. Ein neuer Freund und außerdem ein prima Zuhörer. Uuuuh. Ich hatte da einen neuen Freund. Irgendwas Interessantes lauert im Schatten. Aber ich kann nicht erkennen, was... Irgendwas Interessantes... Das Einzige, was man mit der Statue anfangen kann, ist, sich draufzusetzen. Und da war Titi Poco schneller als ich. Sonst habe ich an den Kleinen eigentlich keine Fragen mehr. Tja, aber zuerst kommt mal zuerst. Na, dann kannst du mal für Licht sorgen, Titi Poco. Tja, Titi Poco. Während ein zweiter Typ sich an einem Hebel zu schaffen macht. Der Hebel ist echt. Ein Typ mit einer Fackel. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Naja, ich habe gerade nichts anderes zu tun. Also ziehe ich mal an dem Hebel. Nichts ist passiert. Ich hasse sowas. Kannst du sowas nicht auch hassen? Titi Poco. Titi Poco? Oh mein... Und da saß er wieder. Ach, diese Clippingfehler. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung, wo die anderen hin sind. Und die Zeit wird langsam knapp, um Karsak aufzuhalten. Andererseits bin ich auch noch nicht tot. Und das ist ja eher eine gute Nachricht. Ja, wir sind's etwas. Da ist ein Hebel in der Wand. In der hinteren Wand ist eine riesige Tür eingelassen. Sonst gibt es hier nichts außer die beiden Türen.